Mute ist erst dann gut, wenn sie sich zwischen Gesetz und Anarchie bewegt. Das Leben ist voller spannender Gegensätze. Blümchen musst du einen Nadelschreifen, warum nicht? Du bist nicht irgendwer, also trag auch nicht irgendwas. It's true, what to say about you. It's true, it's true. Jeder Trend hat den nächsten Schwen in der Tasche. Aber müsste es nicht etwas geben, was man auch behalten möchte? Stil ist das, was bleibt, wenn die Mode geht. Fashion wird doch von allen viel zu wichtig genommen. Was zählt, ist die eigene Persönlichkeit. So was Schönes kannst du nur einmal jedem essen. Hier ist die deutsche Geschichte gelandet. Die Politiker, Filmstars, Rockstars, Künstler wie du und ich. Big City, Bürgersteiger, Zebrastreifen, Fußgängerzonen. Lass sie uns zu Laufstegen machen. Wie wär's mit deiner Kollektion aus lauter Lieblingsstücken? Ich meine aus meinen Lieblingsstücken. Lebe das Leben groß gemustert. Kleinkirät, das macht nur Kopfschmerzen. Lebe das Leben groß. Irgendwie kommt alles immer wieder. Aber irgendwie immer wieder anders. Ist Mode nur dann gut, wenn sie nur wenigen gefällt? Oder ist das Zeit für eine neue Kollektion? Ab 20.09. exklusiv bei Galeria Kaufhof. Ich freu mich drauf.